Eintracht Frankfurt will weiterhin an einem Transfer von Junior Dina Ebimbe arbeiten. Der 21-jährige Franzose ist nur noch bis 2023 an PSG gebunden und soll für ca. 5 Millionen Euro zu haben sein. Das große Problem an der Stelle, die Eintracht hat einen absoluten Blähkader und möchte erstmal noch Spieler verkaufen. Die heißesten Kandidaten für eine solche Streichliste sind wohl Paciencia, Rustic und angeblich sogar Höge. Meiner Einschätzung nach wäre ein Ebimbe-Transfer absolut sinnvoll und positionsbezogen sogar ziemlich wichtig. Denn in der kommenden Spielzeit wartet eine Dreifachbelastung auf die SGE und eine Doppelbesetzung aller Positionen wäre nicht schlecht. Im zentralen Mittelfeld bzw. der 6 plant man vor allem mit Jakic, So und Rode. Da gerade letzterer sehr verletzungsanfällig ist, sollte man dringend noch jemanden verpflichten, der sowohl für Entlastung sorgen, aber auch Druck auf das Stammpersonal ausüben kann. Dafür wäre Ebimbe meiner Meinung nach nicht die allerschlechteste Wahl. Zu Ebimbes Stärken 10 vor allem sein Tempo. Was Ballkontrolle und Körperlichkeit angeht, ist er auch schon auf einem sehr guten Niveau. Allerdings muss er noch an seinem Defensivverhalten arbeiten. Sollte er mehr für die 6 als für die 8 eingeplant sein, wäre das unfassbar wichtig. An der Stelle wäre vielleicht noch erwähnenswert, dass Ebimbe über die Außen kommen kann, sein Tempo macht es möglich. Vielleicht wäre er auch für diese Position eine weitere Alternative. Wobei die SGE auf dieser Position eher überals unterbesetzt ist. Naja, so oder so ist Ebimbe ein interessanter Name, der auch aufgrund seines Potenzials definitiv ins Beuteschema der Eintracht passen würde. Allerdings muss auf der Abgabeseite erstmal was passieren, bevor die SGE aktiv werden kann. Bis dahin die Frage an euch. Auf welcher Position findet ihr, sollte die Eintracht noch nachlegen? Und vor allem, welche Spieler wären eurer persönlichen Einschätzung nach Kandidaten für eine mögliche Streichliste? Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weiter mit am Ball bleiben wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.